So, falsche Taste. To-to-to-to-ner Start. Hallo, willkommen bei einer neuen Folge S-Tournier. So, wollte, hab die falsche Taste bei den Emotes gedrückt. Super Start. Ja, sieht man hier dran auch der Ferdinand, glaub ich, oder? Den, was? Wie? Das ist ein Waldteil da. Okay. Der Hochbauversuch. Ja, find ich eigentlich, ja, find ich gut. Ja, kann man ruhig. Das ist... Da seh ich nicht unbedingt den Bedarf, das unter Denkmalschutz zu stellen. ...warte. Ähm. Moin. Will ich das? So, okay. Ratsch, was war denn hier los mit den... Ist das hier alles normal? Ja. Du hast mein Team hier so'n Teil. So, so'n Teil. Ich hab da, was ich vorgeschrieben habe. Du, ach so. Das hast du auf dir. Das ist, klingt nach nem tollen Bug. Ja, jetzt nicht. Wir stellen jetzt mal kurz den Saufer. Oh nein! Das wär so ein Fail. Wir können übrigens nur den kleinen Wurfer machen. Wollen wir den Jogas schon machen? Den kleinen Wurfer? Weil... Oder, ne, erstmal den... Erstmal die Fahrzeugkurse. Soll ich schon mal die Fahrzeugkurse machen? Die kostet nur 250. Die ist ja billig. Sehr viel billiger. Sehr viel billiger. Wollen wir uns den großen Wurfer machen? Ja, oder? Ja. Einmal mittelgroßer Wurfer mit gar nix. Einmal mittelgroßer Wurfer mit gar nix. Einmal mittelgroßer Größe halt. Das klappt ja jetzt auch so besser, oder? Die gerade Plattform. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Hier gerade so an dem Punkt, wo ich... Ich glaub bin überlegt, dass er ja liegt, überhaupt. Bis es denn neutral ist, meinst du? Ja, guck da mal. Hier. Das Teil ist ein bisschen im Weg dieses... Dings, wo man's guckt. Die kann ich nicht hinplastieren. An... Zoriks. Hm. Ja. 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 Das ist Kacke gemacht worden. Warum haben die das so gemacht? Das war doch... Dass wir das letzte Mal gespielt haben, nicht so. Nein. Und was haben die bitte schon seitdem Neues? Dann bauen wir wohl auf der Seite, oder was? Hauptsächlich... Ja, würd ich sagen. Machen wir hier dann einfach die Parkplätze hin, dass wir es dann... Damit die Rover nicht auf unsere Basis drauf rutschen, wenn es stürmt. Keine Ahnung. Vielleicht wird es so ein bisschen in den Windeln da mal erwischt. So, dann bauen wir gleich die Weltraumkrücke zum Boot. Und... Guck mal... Guck mal... Guck mal... Guck mal... Zehn weitere voll... Vielleicht wäre das schön. 13 Staffeln später. Ah, ist die da doch voll. Vielleicht war man da... Oder erst, der ich verbauen konnte. Ja, damals. Heute bestimmt auch noch. Ach da... Hier ist das Fahrgeschäft, was wir hier haben. Wir können hier mitfahren. Unser Fahrzeug... Unser... Vorschutsteil hat doch... Den Sitz drauf. Wir fahren damit weg. Jetzt sitzt er los. Ja, Ball. Und das Spiel hat... Weißt du, das Spiel hat eine Sache voll fies gemacht. Diese Teile, wo die Vorschutsteil... Dinger nachspawn. Ja. Ja. Ich weiß nicht, ob... Hast du auf dem Rückweg... Vorhin das bei dem Grünen, was ich eingebautet habe, Witt genommen? Anforschungs... Dann ist es glaube ich so, dass das nicht mehr nachwächst. Wenn man das... Doch! Hast du gerade abgeändert? Ja. Ja. Hier hinten... Bei uns hinten... Bei unseren Teilen ist früher nach das Wort. Ja, dann... Wüssten wir aber aufpassen, dass wir die nicht ab... Äh... Dass wir die halt nicht abbauen, weil dann scheinen die nicht mehr nachzuwachsen. Peinbar. Vielleicht dauert es auch nicht mehr lange. Was ich mal hoffen würde. Aber dann würde ich sagen, machen wir es trotzdem. Bis auf die, die wir hier haben. Oder wenn wir irgendwo viele finden, machen wir dann zum Beispiel den Geaken hin. Von der Spieler wieder... Was? Mach mal, ich hab... Ich hab... Ich hab Knödel mitgebracht. Hm. Knödel, guck hier, hier ist Knödel. Ne, ich hatte noch 5.000... ...und... ...neunzig. Uh... Knödel. Voll auf die... Ähm. Du brauchst so ne Aspirin. Vielleicht will ich ja irgendwo ein Knödel, wo... Wobei es nur Aspirin rauskommt. Können wir Aspirin erforschen. Ne. Den schaffen wir jetzt, glaub ich, noch. Bei der aktuellen... Bei der aktuellen... Bei der aktuellen... Die hat's von der aktuellen... Den, glaub ich, der andere zu. Was? Die hat diesen... ...den... ...den... ...mitzutreten. Wir haben noch... Wir haben noch... Wir haben noch... Zwei Generatoren, kannst du dir... Bio-Links-Pumps-1. Also kannst du dir Organ rein tun. Also nicht dein Organ, sondern ein organisches. Warte mal, Schutz holst du es doch raus. Äh... Warte, du hast ein zweiter Umfeld. Ich... Sieh... Für den Scheiß hat gar kein urbanisches Meer, was du vorgarten. Was hast du? Herr, nur von dem... Okay, wir haben eine Schneise. Eine Schneise? Ja, wir haben eine Schneise. Äh, hatten wir hier nicht irgendwo... Hatten wir hier nicht irgendwo noch... Hatten wir hier nicht irgendwo noch... Äh, irgendwas? Äh... Äh... Ne? Hartz? Irgendwo? Auf dem... Weg zu den... Rechts? Ja, jetzt. Ja. Ja, das? Ja, das? Die Strecke müsste noch was sein. Mhm. Mhm. Ich habe es gefunden. Ich habe es schon... Die Verbindungen sind umgefallen, das finde ich aber nicht gut. Das Sauerstoffwerk ist aber gar nicht gut. Und was machst du gerade? Wir sollten übrigens mehr reden. Viel zu ruhig, vor allem für einen LP. Let's strike. Den Generator über den Haufen gerannt. So, jetzt darfst du noch 27 Minuten. Mit zwei aktiven Generatoren. Halb ein bisschen. Ich glaube nicht, dass er schon so spät ist. Daran liegt er glaube ich nicht. Ja, es ist enorm spät schon. Eigentlich. Wir haben ja über 0.10. Ja. Ich bin schon eine Weile wach. Das ist eine ganze Weile. Das ist eine Weile. Das ist eine Weile. Das ist eine Weile. Und da ist ja noch eine Let's Play für mich von meiner Seite. Oh ja, du hast das noch schlimmer. Ich bin jetzt von morgen. Und was ist da vielleicht auch mal noch was anderes? Neben beiden neben den beiden, die in den zwei in den Space sind von uns beiden? Kann passieren. Vielleicht so ein oder nicht so. 20 Quote Evolution oder was ist der Nummer? 20 Quote Evolution, äh, kann sein, muss ich mal gucken. Oder würdest du nicht nochmal mit dem Fett an Bord teilwarten, oder? Kannst du mal damit aufhören? Vielleicht irgendwann kann passieren auch, ja. Wie geduldig. Ähm, ja, können wir schon ein Ofen-Dings machen? Ein Ofen, 500 Bytes. Wo ist denn der? Hinter dem Abteil. Das ist für die Flasche. Ahhhh. Ja, würde ich sagen, machen wir den als nächstes. Oder? Ja. An sich was Neues sind, glaube ich. Das sind schon von Plattform-Sachen. Überhaupt nichts Neues leider. Ah, nichts Neues, glaube ich. Die Plattform gibt es ja auch schon ein bisschen. Das finde ich so blöd, weil es im Tutorial noch ein paar neue Sachen dabei ist. Aber hier nicht dabei. Wir brauchen ein Gemisch. Ja, stimmt. Die haben sich da draußen genommen, oder? Die sollen endlosen Quellen, die es ja auch manchmal gab früher. Ich glaube, ja. Obwohl es da doch auch nur eine Entschlussenergie und etwas Sauerstoff gab, ne? Ja. Oder auch mal eine Mischteile. Ja. Das ist ein... Mehr gab's ja nicht. Da hätten da eigentlich drin was gekommen. Vor allem jetzt gibt's die Unendlich-Beit-Quellen. Und da hat man ja irgendwann eh alles erforscht. Also... Also nicht die anderen praktischer gefunden. Aber trotzdem... Die... Die... Die andere gewöhnt aber... Ja... War gut. Ich freu mich schon hier, dass wir mehr Sauerstoff-Tanzlerfläche auch wieder haben. Ja... Und leider auch die Norma haben. Ja... Oh... Gewicht gesichtet. Und zwei dieser Teile. Von den äh... Balch-Teilen? Ja. Die sind verdammt häufig, ne? Verdammt häufige Unendlose-Quellen, die das... Die... Eigentlich viel praktischer sind... Als diese Dingsbums uns zu farmen. Okay, da kommt ein bisschen mehr raus, aber... Wenn wir die ganze Zeit die Balch-Quellen abfahren, bekommen wir glaube ich schon mehr. Sauber. Äh, verdammt. Man kann nie genug kleine Generatoren haben. Also man übersieht, dass man schon zweimal mit hart und macht noch einen dritten. Weil man nicht denkt, dass man nie genug haben kann. Naja... War Absicht. Hm... Verdammt. Gestoppen. Gestoppen! Gestoppen! Okay. Äh, wird durch. W-Wat ist denn passiert? Erstecken. Hm... Ja, das ist nicht so toll. Gestatt, jetzt bitte mal bitte aus... aussteigen in der Luft bitte. Ja. Und dann hat man sich da oben... So, muss man da rein. Ja. Wir brauchen Organspende. Aber läuft ja so in der Sonne. Hö? Vielleicht, äh, ist du Shift gedrückt? Ne. Nächste gedrückt. Hm? Mit Alt läuft man, äh... Mit, äh... Control läuft man, äh... Mit, äh... Control läuft man. Äh... Langsam. So. Ich halt halt nur meine... Ich halt nur meine... Ich halt nur die Estas... Die D-Tasse dritt. Da kommt's nen Storm. Was? Jaaa... Find ich nicht gut. Was? Was ist denn da noch? Was ist denn da draußen gekommen? Was? Hoffentlich fliegen die Generatoren hinweg. Ähm... Hoffentlich flieh ich nicht. Ähm... Hoffentlich flieh ich nicht. Ja... Es ist so aus, als würde... DIE... DIE Beiden wegfliegen. Die anderen alle nicht, oder was? Oh, diese Windgeschütz draufgestellt. Aua. Fliegen die Amazon-Pakete flieh ich nicht. Aua. Hast du irgendeine Gefahr ist? Altaaa... Ah... Ne... Du bist mein Glück lieber im Vorwein, als in diesem Gesang. Ja... Ja... Ich glaube, das Wortschatzlisten wird noch vermüdeter. Halt ne Aufnahme um 0.80 Uhr. Hm... Ist halt schon ziemlich spät halt. Ja... Wie der echte Rechner weiß ich. Dein Rechner. Ich glaube, das ist schon der vierte Tag an. Nämlich. Nämlich. Jaaa... Gut... Hat dein Rechner verstaubt für Staubfilter? Äh... Die... Die immer gesäubert werden müssen? Nein. Meine hat das seit einer Woche. Ich bin das noch ziemlich neu. Jaaa... Meine... Ist auch nur ein halbes Jahr. Pfff... Staubfilter... Ne... Ist einfach nur noch graue Striche. Ich mach das morgen mal. Wenn ich's nicht vergesse. Das heißt... Vielleicht nächste Woche oder so. Das ist... Drei... Drei... Nein. Ab in ne Höhle... Was meinst du? Das ist eigentlich ziemlich verbiegen lassen. Hm... Meinst du wir finden vielleicht noch ne Höhle mit... mit schönen Ressourcen zum einschmelzen? Ich meine, ja, nein, vielleicht. Ich schuld, müssen wir mal das auch. Ah ja. Das Föder ist, hat er seine Meldung gemischt in natürliche Ressourcen. Die Meldung habe ich bis zu unserer Hütte. Mit gemischt hat sich Ressourcen? Mit, mit meinst du? Mit meinst du? Hallo? Hallo? Ja, da müssen wir ein bisschen, kurz. Und was meinst du? Die Meldung, die immer bei dem gemischt ist, sozusagen. Ja, oder? Ja, dich bis zu unserer Hütte. Ach so. Die war von hinten, von der Gemischtelle, wo wir stauben sind. Das ist praktisch. Wir sind jetzt schon wieder, eben schon wieder gesteckt. Ich auch. Ich glaube, mit der Runde UNO wird heute nichts, oder? Ja, ich glaube, ich auch nicht. Ich stehe noch. Nein. Wir sind gar nicht mehr online. Ja, ich bin ganz gut. Wir sind gar nicht mehr online. Ich weiß nicht mehr, wie ich gerade sehen kann. Aber das Dior war einmal auf. Wir sind kurz gestern, hinfällig. Jaaaaa, aber gut. War nicht so lange wie meine 2 Stundenrunde, die ich mal hatte. das dazwischen liegen war schon teilweise nervig wie du meinst das dazwischen liegen ja damit geht es aber schneller hat sich bei euch die taste davon geändert oder aber dieselbe hat sich auch erinnert aber ich habe es mit der maustaste gemacht mit der maustaste einfach ich hätte nichts dafür dass du nur mit controller spielst so bütter ist schon voll es passt den vollständig ich kenne mich noch ein bisschen müsch Ich glaube, das ist echt ne blöde Uhrzeit für Let's Play-O-Nahme. Ist das so schlimm? Ich meine vielleicht halt. Oh, ja. Bleib hier, blüblä, 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 blüblä. Anders ist es zu mir Let's Play-O, als du euch hier hinten rutschallt. Hm. Nee. Ja, wir haben safe, wir labern einfach auch nicht so viel Pölben spielen, teilweise, oder? Wo wenigstens du willst, dass wir dann mehr labern? Weiß ich nicht. Ich höre uns doch nicht zu. Ähm. Ähm. Keine Ahnung. Könnte sein, können auch nicht sein, wir helfen. Nicht mich fragen. Ich weiß schon, wenn die Zuschauerunterschiede dann mal ne frühe Aufnahme machen. Wenn. Sorry. Also, nie. Ach, was. Ich hätte schon gedacht, bei, das, bei, das hört sich schon fast an Offline, aber nein, es sind noch drei andere Leute online. Auf den TS-Hohäuser hocken auch noch ne andere Person. Sonst. Ich hocke andere Leute? Eine Person hockt ja dann, glaub ich, noch sonst. Das ist neuer Rekord für diese Woche. Es sind gerade drei Leute online auf Telefon hier. Sehr viele. Werbung, Werbung. Das ist da. Kupfer, Aluminium. So, jetzt mal ein Wicht zu finden, wie ich mich jetzt hier runter mache. Jetzt habe ich jetzt nicht in der Autopartie endet. Ich baue mich hier durch. Nö, 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 nö. Und, nö, nö. Rede scheiße, damit irgendwas geredet wird. Ja, ich hab die Daten so auch so ein paar, die Verspocker. Hm. Eliminiert. Ja, ich auch. Die sind immer schön nett. Wir haben bis jetzt noch nichts gefunden, was wir brauchen könnten. Ich habe schon mal in der Höhle hier zwei Ressourcen gefunden. Ja, und Raketentreibstoff-Dingspumpstraum brauchen wir ja eh noch nicht so lange, wenn wir noch keine Raffinerie haben. Also von daher habe ich noch nichts gefunden, was wir brauchen. Ich glaube, wir treten mal Gandel an oder Sauerstoff. Ja, das ist nicht empfehlend zu werden auf Dauer. Und mal konstrunden, weil manchmal enden die Geneeren schon auch relativ früh. Hm, da gibt es manchmal Astronauten mit Sauerstofftanks. Wo bist du eigentlich gerade? In der Sauerstoffleitung, wo ich dir in der ersten Sauerstoffleitung lief. Ah, ich bin auf der Höhle, die zu dem Weg zu den Wrackteilen war. Was wahrscheinlich sogar dieselbe ist. Schön, wenn man sonst will, muss ich mir auch denken, dass sie hier nicht irgendwo vermitteln Ja, die sind ja irgendwie unterhörtlich wirklich nicht gerade klein. In der ersten Mannschaft hier läuft, glaube ich, kleiner. Hast du immer alles mit anderen Spielen vergleichen können? Plumm. Oh, die. Aluminium, Aluminium, Aluminium. Aluminium da hinten nochmal. Ah, die Höhlen sehen ja natürlich auch sehr interessant aus hier. Die ewig weiten Höhlen. Oh. Ich glaube, wie es weiter geht, sehen wir in der nächsten Folge. Wir sind bei 28 Minuten. Tschüss.